So, da bin ich wieder. Ich hoffe mal, jetzt läuft es. Ich weiß nicht, ob es für Fraps gerade zu viel war oder wo das Problem lag, aber jetzt geht es hier munter, fröhlich weiter. So. Wunderbar. Ähm, so, ich war eben dabei. Pokémon-Spiel. Kinder haben sich umgebracht aufgrund einer Spielmelodie. Dann, später, hat man am Computer ein Bild dieser Tonhöhen erzeugt und dabei ist, äh, ich weiß ja nicht, ob ihr damals Pokémon gespielt habt. Wenn ihr in meinem Alter seid, dann müsst ihr, dass ihr es gespielt habt. Kurz dazwischenbericht, wir haben jetzt einen Schlüssel, den wir gleich benutzen werden. Ähm, wenn ihr in meinem Alter wart, dann müsst ihr Pokémon gespielt haben. Sprich, ihr wisst auch, dass man dort, äh, Tragossos Geist. Ne, Tragossos, Knoggers. Knoggers Geist. Jedenfalls dieses Geister-Symbol. Ist dann, als sie die Tonhöhen dargestellt haben, äh, erschienen. Und, es war noch ein Satz dabei, aber ich weiß nicht genau, welcher das war. Es war noch ein Satz dabei. Ich, ich werde das nochmal recherchieren. Ich werde euch dann näher was zu erzählen, wenn ihr das wollt. Äh, ja. Wenn ihr das wollt, das ist genau das richtige Stichwort. Schreibt in die Kommentare, was ich so erzählen kann. Ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Oder was auch immer. Sagt mir, sagt euch, sagt, sagt euch das hier, genau. Äh, sagt mir, ob euch was gefällt, was euch nicht gefällt. Was ich besser machen kann. Wenn wir eine angenehme Zeit zusammen haben. Bei eurem Kommentar freu ich mich mehr als, äh, weiß ich, Daumen hoch und so. Abonnieren dürft ihr auch immer gerne. Ist ja schon wieder soweit. Ja. Hallo. Ne, irgendwie ist heute der Wurm drin. Geht's jetzt? Frag mich bitte nicht, woran das liegt. Ich hab keine Ahnung. So. Dann mal weiter im Text. Äh, wo war ich eben? Genau, Kommentare sind mir noch wichtiger als gute Videobewertungen. Weil, mit Kommentaren kann ich einfach mehr anfangen. Das sagt mir, womit ich weitermachen kann. Was ich lieber bleiben lassen soll. Und all so ein Kram. Kann man besser mitarbeiten. So. So. Dann mal wieder in den verdrehten Gang. Mit der blöden Hand ausweichen. Und rein. Ein Bild. Noch ein Bild. Ich, es hat gelacht. Ach nein. Ich glaube, diesmal werden wir auch die Chance nutzen, uns zu heilen. Wenn die Steuerung nicht das macht, was man von ihr will, das ist wunderbar. So, noch ein Herz. Komm. Ah. Das ist mir echt knifflig. Mach die doch mal dünne hier. So. Nummer eins ist vom Tisch. Nummer zwei. Noch nicht. Komm komm. Oh. Scheiße. Entschuldigung. Komm. Ich glaube, ihr müsst mal sprengen. Komm. Komm her. Was ist das? Man muss ja dem angemessenen Zeitabstand. Ja ne, das kann auch sein. Ja komm. Hau zu. Das mach schon. Mensch, was soll'n das? Oh mei. Mach das jetzt mal anders. Hoffen wir, es funktioniert genauso. Was soll. Nicht schon wieder... Also irgendwie... Heute nicht mein Tag zum Aufnehmen. Jetzt kommt. Komm her. Komm. So. Schwere Geburt. Aber wenn hat es dann noch funktioniert? Wollen wir kriegen mal Schönes? Ein Kompass wäre nicht schlecht. Nein! Besser! Der Bogen! Ja, ich muss mal die Textgeschwindigkeit höher stellen, weil das dauert mir ein bisschen zu lange. So. Dann haben wir jetzt endlich mal unseren Bogen. Und wir können jetzt durch diese Türe da... So. Und jetzt müssen wir auch die Bilder schießen. Ja. Witzvoll. Das ist ja. Okay. ja ich glaube nach dem ich bin mit diesem geist zu besiegt haben wer ihr auch vorerst mal die aufnahme wieder beenden weil es mittlerweile auch schon spät ich muss auch mal ins bett sonst kriege ich morgen gar nichts zeigte ich mit mir ist so kompliziert wird zum teil an die wand gebärscht es geht doch und wieder eine truhe jetzt aber den kompass so einmal abspeichern und dann sage ich mal leute bis zur nächsten aufnahme schreibt fleißig kommentare seht euch vielleicht noch mein minecraft jetzt bei jahren wenn ihr euch dafür interessiert und sagt dann bis zur nächsten aufnahme bis zur nächsten bis zur nächsten bis zur nächsten